Unerklärlicherweise ist das letzte Big Show Video durch die Decke gegangen, wie sonst noch was, also hab ich mir gedacht, ich mach noch eins. Nur wir haben uns was überlegt, die drei anderen Jungs dürfen mir die ganze Zeit Aufgaben geben und müssen mir sagen, was ich tun soll oder was ich sagen soll. Wir dachten, so könnte Hasen ein bisschen unterhaltsamer werden, also viel Spaß mit meinem sechsten Video, der Wanna We Go Nice. Sag ey Geile. Ey Geile. Das ist ein Kerl. Ist es ein Kerl? Eiser. Du bist heißer als der Nether. Du bist heißer als der Nether. Sehr ehrlich, der hat dich schon angetan. Die ganze Zeit, oh nein. Sag, sag, sie hat ein süßes Lächeln. Du hast ein süßes Lächeln. Danke. Junge, ganz ehrlich, ich fühle mich glaubt, er ist wieder reingeschallert. How are you doing? I'm fine. Where are you from? Germany. From Germany? I'm from Austria. I'm from Austria. We have Vienna Schnitzel. I don't know if you recognize, but we have Vienna Schnitzel. And Erdäpfel. And so. Erdäpfel and Paradeiser. Frag einfach den Nächsten, den du siehst nach der Nummer. Hallo? Hallo? Sehr ehrlich, du hast gerade eine richtig fette Wurst rausgepresst. Kevin Wolter. Kevin Wolter? Speckversion. Wegversion? Kevin, auf ein Abendzeichen, mein Abendgrüß hat seinen scheiß Kopf ging er. Bulle, ey, ordentlich Huppe dran, ne. Aufwache! Aufwache! Sing ihm ein Gute Nacht-Lied vor. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps night. Hoffentlich hast du Albträume. Präg ihm one week on ice rein. One week on ice. One week on ice. One week on ice. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Hey, du siehst aus wie Simon Unger, ganz ehrlich. Siehst aus wie Simon Unger, so ein bisschen. Bin ich ehrlich mit dir. Und Farbe. Ein bisschen Tanzverbot steckt auch in dir drin. Da gibt es mir recht. Sag jeder zu mir. Sag jeder zu dir. Das tut mir leid für dich. Tut mir leid für dich. Hey. Hi. Sag mal, war das gerade ein Spielzeug bei einer Hautfarbe? Sag das mal. Was redest du nicht mit mir? Warte, ist das hier eine Anspielung meiner Hautfarbe? Nein, nein, nein. Du machst das. Ich liebe dich auf jeden Fall. Dann muss ich sagen, dann gut. Was? Friendzone. Friendzone. Ist das Friendzone oder was? Ich dachte, wir haben hier ein Ding am Laufen. Was sagst du hier? Ich liebe dich überall, das ist mein Bestes da am Telefon. Was soll denn die Scheiße hier? Was läuft denn da? Freunde. Betrügst du mich mit meiner Mom? Betrügst du mich mit meiner Mom? Was geht da ab? Yo. Macht mal ein cooles Auto für mein Video. Was soll ich machen? Ich sage mit Fußhauern. Hashtag oh boy. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Vielen Dank.